Die erfolglose Belagerung von PSK dauerte vom August 1581 bis Februar 1582, als die Armee des polnischen Königs Stefan Bartory am Ende des Liefländischen Kriegs versuchte, sich der russischen Stadt PSK zu bemächtigen. Die ersten Einheiten der polnisch-litauischen Armee, die zwei Jahre zuvor Poluck und Veljkielugi besetzt hatte, erschienen am 18. August 1581 vor den Mauern von PSK. Die Hauptkräfte der Eroberer, die 31.000 Mann zählten, begannen die Belagerung der Stadt am 24. August. Der russische Fürst Vansili Skobin Schuiski leitete nominell die Verteidigung der Stadt. Doch die eigentliche Befehlsgewalt lag bei seinem Verwandten Ivan Schuiski. Die russische Garnison bestand aus 4.000 Adligen, Strelizen und Kosaken sowie aus 12.000 bewaffneten Bürgern von PSK und seiner Umgebung. Nach einem zweitägigen Bombardement von PSK ging die polnische Armee am 8. September zum Angriff über. Die Russen wehrten den Angriff ab, der für die Polen in hohen Verlusten resultierte. Polnische Versuche, die Befestigungen zu untergraben und zu sprengen, blieben ergebnislos. Wie auch ein weiterer groß angelegter Angriff am 2. November. Wenig später versuchten die Polen, das PSK Wo-Peczowski-Kloster im 50 Kilometer entfernten heutigen Petschery zu erobern. Doch auch dies schlug fehl. Danach befahl Stefan Bartory eine passive Belagerung und die Schlacht verwandelte sich in eine Blockade. Doch die Einwohner von PSK hielten während des strengen Winters Stand. Dagegen brach im polnischen Lager eine Meuterei aus und konnte nur durch das harte Durchgreifen von Kanzler Jans Amolschi unterdrückt werden. Die russischen Partisanen waren in der Umgebung von PSK aktiv und griffen ständig feindliche Proviantlager und Versorgungslinien an. Die belagerten PSK Wo-Unternahmen 46 Ausfälle, die Polen attackierten während der fünfmonatigen Belagerung 31 Mal. Die Belagerung zog sich in die Länge und keine Seite war imstande, sie zu beenden. Schließlich führten diplomatische Verhandlungen mit Beteiligung des Vatikans, der den Legaten Antonio Possevino entsandte. Zum Ende der Kampfhandlungen Stefan Bartori und Ivan der IV unterzeichneten am 15. Januar 1582 den Vertrag von Cem Zerpolski. Russland zog seine Ansprüche auf Liefland und Polutsk zurück und im Gegenzug gab Polen Litauen die zuvor eroberten russischen Gebiete zurück. Am 4. Februar 1582 verließen die letzten Einheiten der polnisch-litauischen Armee die Umgebung von PSK. Untertitelung des ZDF für funk, 2017